Ist diese Karte der Grund, dass der nächste Tuner verboten wird? Servus, YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute mal wieder ein Double Upload aus gegebenen Anlass. Ihr seht es hier schon eingeblendet, es gibt eine neue Instant Fusion und zwar heißt diese Karte Retort Fusion und erscheint im Dawn of Majesty am 17. April im OCG und dieses Set, ja, das kommt bei uns am 12. August ins TCG, zumindest ist das bis jetzt so Stand der Dinge und diese Karte, die könnte wieder mal einiges verändern und vielleicht der Grund sein, warum uns der nächste Tuner aufgrund von Needle Fiber verlassen muss, aber mehr dazu, wenn wir mit dem Intro durch sind. Ansonsten lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, freut mich wie immer, schreibt mir eure Meinung zu dieser Karte gerne mal in die Kommentare und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Ja, die Karte Retort Fusion, die hat es auf jeden Fall in sich und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, deswegen schauen wir uns mal an, was kann denn diese Karte. Name Retort Fusion ist ein Normal Spell und sie sagt, you can only activate one card with this card's name per turn, das ist schon mal wichtig, das heißt, da wurde auf jeden Fall das once per turn mit reingenommen und dann hat sie eben diesen einen Effekt, Zahl 1000 Lebenspunkte, Special Summon, ein Level 6 oder niedriger Nicht-Effekt-Fusionsmonster vom Extra Deck und das ist auch sehr, sehr wichtig und das Ganze zählt als Fusionsbeschwörung, das kann ich angreifen und es wird auch während der Endphase zerstört, das heißt, es ist einfach eine Instant Fusion in, ich weiß nicht, ob es schlechter ist, irgendwo schon, weil es ja nur normale Monster irgendwo beinhaltet, deswegen könnte man natürlich sagen, das Ganze ist etwas schlechter, aber wenn wir uns das Ganze nochmal im Vergleich zu Instant Fusion anschauen einfach, die Instant Fusion, die sagt halt, zahle 1000 Livepoints, beschwöre ein Fusionsmonster der Stufe 5 oder niedriger als Spezialbeschwörung von dem Extra Deck, aber es kann nicht angreifen, zusätzlich wird es während der Endphase zerstört, dies wird als Fusionsbeschwörung behandelt und du kannst nur eine Instant Fusion pro Spielzug aktivieren, das ist natürlich irgendwo schon nochmal besser, weil man da eben auch generell andere Monster holen kann mit Effekten, aber ich weiß nicht, ob man da nicht wieder bestimmte Karten vergessen hat, weil mit der neuen Retort Fusion, da kann man das gute Seemonster des Tesois beschwören und diese Karte war damals angekündigt als ein Monster, das das Spiel verändern wird und vielleicht ist das da auch endlich mal der Zeitpunkt, weil diese Karte ist ein Empfänger und wird bis heute eigentlich gar nicht gespielt und natürlich ein Instant Fusion Target quasi durch diese Retort Fusion, was einen Instant eine Niedelfiber ermöglicht, quasi durch eine weitere Karte auf dem Feld, wird wahrscheinlich ziemlich broken, deswegen Tipp an euch, schaut mal auf Kartenmarket, denn der gute Tesois, der ist in den letzten Stunden schon gut am steigen gewesen, also da würde ich mir auf jeden Fall mal einen sichern, ich meine klar, es dauert noch, bis dieses Set rauskommt, aber ich würde da trotzdem auf Nummer sicher gehen und ich meine Instant Fusion gibt es ja auch noch, das heißt, wir sind da ja gut doppelt versorgt, über was ich auch noch kurz sprechen möchte. Bei dieser Karte. Die ganzen Opfer, die es bereits gegeben hat für Niedelfiber, Mecha von Oumongoya, Olöwon, Jet Synchron, aufblühende Blumenzwiebel, Destrudo ja indirekt irgendwo auch, Schwarzvögel dampft der Mantel und ja, da ist natürlich die Frage, wird das Ganze des Seemonster, des Tesois eben auch noch dem anderen folgen? Fände ich ziemlich kritisch oder sehe das Ganze ziemlich kritisch, zum einen muss ich aber auch sagen, würde ich mich freuen, dass man diese Karte endlich mal spielen kann. Ich finde diese Karte an sich von dem Hintergedanken ganz cool, die Umsetzung ist da leider nie so 100% oder so perfekt gelungen, wie das Ganze gedacht war. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet von dieser neuen Retort Fusion in Bezug auf den guten Tesois. Ich meine, es gibt noch ein paar andere lustige Targets, die kann ich euch hier gerade nochmal einblenden, die man auch mit dieser neuen Retort Fusion holen kann, also nur ein paar Beispiele, jetzt nicht alle, aber der Rest ist eigentlich nicht der Rede wert, das ist eigentlich so das Wichtigste. Und jetzt gehen wir nochmal zur nächsten Karte. Die nächste Karte, über die ich noch kurz sprechen möchte, ist dieser schöne Synchro-Wolf, der den Effekt und den Namen hat, Wolf-Ray-The-Stella-Wind-Wolf. Ist Level 9, Wind, Biest, Synchro, Effekt-Monster, könnt ihr alle selber lesen, ein Tuner und ein Non-Tuner-Monster, das heißt, das ganze Ding ist generisch. Und natürlich Level 9, das heißt, wir alle wissen, in welchem Deck das wahrscheinlich gespielt werden wird. Ich meine, generell ist diese Karte schon ein paar Tage bekannt, ich wollte trotzdem nochmal kurz drüber sprechen, weil diese Karte, die hat einfach die Möglichkeit, wenn sie mehr als 4000 ATK hat, dann hat sie einen Once-Per-Turn-Effekt, dass diese Karte einen Quick-Effekt hat, dass man einfach alle Monster, die der Gegner kontrolliert, einfach zurück ins Deck mischen kann. Und das ist schon ein unfassbar starker Effekt. Ich meine, generell die Restriction dafür, dass diese Karte, also wenn man sie sich nochmal anschaut, die hat halt 2500 ATK und die kann diesen Effekt nur resolven, wenn sie eben 4000 oder mehr ATK hat und diese Karte bekommt halt jedes Mal 300 ATK, wenn ein Effekt auf dem Spielfeld aktiviert wird, währenddessen diese Karte auf dem Spielfeld ist. Also ein anderer Monster-Effekt muss aktiviert werden. Das heißt, das Ding ist natürlich irgendwo schon ganz schön stark, aber dann denkt man so, ja, ob der Effekt so zu Trage kommen wird, ähm, das ist noch nicht so sicher, aber ihr könnt mir eins glauben, wir spielen Yu-Gi-Oh! und es wurde bisher jedes Mal, wenn irgendeine Karte Bastet war, irgendwelche Mittel und Wege gefunden, Karten so konstant nutzbar zu machen, wie nur irgendwie möglich. Und da habe ich auch schon die ersten Loops gesehen mit den guten Gothams, der diese Karte konstant jeden Spielzug quasi auf 4000 ATK hochgepumpt hat. Und dann hatte man damit quasi einen Synchro-Zeus, den man einfach jeden Zug aufs Spielfeld gelegt hat. Und wenn man den Gegner dann einfach alles wegmischt zu einem bestimmten Zeitpunkt, kann das natürlich auch mal Game sein. Was man natürlich trotzdem sagen muss, diese Karte schützt sich nicht in irgendeiner Form oder so. Das heißt, diese Karte ist relativ gut outbar. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, ich finde, diese Karte ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Karte und ich bin gespannt, wie sich das Ganze so entwickelt. Generell dieses ganze Set, muss ich sagen, hat einige interessante Karten für uns bereit. Blende ich euch gleich auch nebenbei, während ich hier noch rede. Auch nochmal ein paar ein, auch ein paar neue Themen, muss ich sagen, sind da drin. Und ich denke, wir können uns auf jeden Fall auf August freuen. Da ist noch so einiges für uns dieses Jahr im Petto, was da rauskommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein verdammt gutes Set wird. Alleine diese Karte hier plus die Retort Fusion, ob die dann bei uns letztendlich genauso heißt, das müssen wir natürlich mal abwarten. Alleine diese beiden Karten, die machen dieses Set so unfassbar interessant, meiner Meinung nach, dass sich das auf jeden Fall lohnen wird. Wir müssen natürlich mal abwarten. Lebt bis dahin Needle Fiber noch? Gibt es bis dahin noch Virtual World und so weiter? Das sind natürlich alles Sachen, die man sicherlich noch nicht so sagen kann. Aber ich meine, so lange ist es ja dann auch nicht mehr bis dahin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich bis dahin so viel verändert, dass diese Karten hier komplett schlecht sein werden. Aber lasst mir auf jeden Fall mal eure Meinung zu diesen beiden Karten da. Die anderen Karten fand ich jetzt nicht interessant genug, um sie nochmal einzeln zu erwähnen. Aber ihr könnt mir das ja trotzdem mal in die Kommentare schreiben. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.